Hey Leute, heute mache ich eine Fußball-Challenge-Vlog und heute bin ich hier nicht allein. Heute ist dabei der... Lühe! Dam, dam, dam! Und wir machen drei Challenges. Als Erste haben wir eine Challenge, die einfach als erste Zündung mal auf dem Tor schießt. Wir haben hier unseren Ball und da ist das, wovon wir schießen und dann beginnen wir einfach. Guck da, fangen wir an und dort ist das Tor. Also checkt meinen Kanal ab und abonniert mich. Ja, der heißt Liam, der Kanal, wie er es selber heißt und abonniert seinen Kanal. Ich habe mit ihm auch schon ein paar Videos gemacht zusammen. Zwei haben wir heute gedreht, also checkt ihr ab. Ja, heute halt, wenn ich schlecht schaue, dann bin ich schlecht gestern oder so gewesen. Und dann fangen wir jetzt an. Also ich fange gleich an. Und so. Also die erste Zündung ist einfach so leicht. Ein bisschen böse. Ja, dabei. Und so. Die erste Zündung ist einfach so leicht. Nicht so leicht verrufen. Das ist ja klar. Aber wir sind ja Pros. Wir sind raus, Leute. Wir sind raus, in dem das Fußball angeht. Zwei, zwei, eins. Oh nein! Nein! Du bist so blind! Mama! Da! Ey, Leute. Der Liam ist blindig. Nein, zwei, zwei, eins, Leute. Jetzt will ich gewinnen. Scheiße. Ich kann doch aufholen. Nein. Wenn du jetzt nicht treffst. Ja, wenn ich mich treffe, aber ich treffe, Leute. Oh, der Liam ist so blind. 3 zu 2 für mich. Bitte Gott. Ich treffe schon. Keine Sorge, ich werde schon gucken. Wenn der jetzt drüber schlafen. Mann! Jetzt habe ich ihn verloren. 4 zu 2. Nee. Doch. Wenn du jetzt liefst, hast du dich treu. 4 zu 3. 4 zu 3. Werd du jetzt? Leute, ich werde treffen. Ja, Leute. Das mache ich schnell. Ich habe jetzt schon verloren, Leute. Wuhu. 1 zu 0. Und wir sehen uns gleich wieder, bis wir das nächste aufgebaut haben. Und jetzt, Leute, wir haben alles aufgebaut. Jetzt machen wir genau das gleiche. Nur einer ist immer ein Tor und wir wechseln immer. Jeder wäre erst fünf Tore. Und ich sage, es geht keiner. Ich bin mir bei der dritte Lachie. Okay, und ich schieße als erstes. Und... 1 zu 0. 1 zu 0. Und ich schieße als erstes. Und ich schieße als erstes. Leute, ich bin einen Tor. Oh! Jetzt habe ich extra gemacht. Ich glaube nicht. Ich bin der Faul. Nein. 1 zu 0. Ich mache ihn rein, Leute. Nein. Das war so pier Bart. Wir... Was? Wir drehen ein kurzes Video. Wir drehen fünf Minuten. Okay, Leute. Wir müssen schnell die Strände machen. Wir machen immer nur das 3-2. So, schießt. Und wir halten. Immer noch 1-0. Mach mal! Mach mal! Hört jetzt mal ab? Ja. Danke. Nein! Ja! Immer noch 1-0. Ja. 1-0. Ich kann auch aufholen. Ja, aber wir müssen uns jetzt beeilen. Weil wir gehen, da muss man es gehen. Ja. Also beeilen uns jetzt ein bisschen. So, jetzt bin ich wieder. Und? Ah! Tor! Tor! Ich habe noch 2-0. 2-0. Wenn ich dann nachdem hier noch ein Tor mache, dann habe ich 2-0. 2-0. Ja, Leute. Ich sage euch, ich werde jetzt ein Tor füßen. Cristiano Ronaldo. Ich habe noch meine Hand. Ja, oder? Leute. Cristiano Ronaldo. Ganz leicht. Ja! Leute. Ich habe die zweite Challenge gewonnen. Yay. Und dann bauen wir jetzt die letzte Challenge auf. Bis dann. Und Leute. Wir haben jetzt die letzte Challenge aufgebaut. Eigentlich habe ich schon gewonnen, weil es steht 1-0. Und es ist ja nur noch eine Challenge. Ja, 2-0. Ja, 2-0 habe ich doch gesagt. Ich habe 2-0 gesagt. Doch. Eigentlich ist es egal. Auf jeden Fall 2-0. Und jetzt machen wir Rückwärtsschuss. Also so. Und wir haben das mal wieder kommen gestellt, weil ich und den Liebchen da nicht schicken will. Und jetzt machen wir die letzte Challenge. Jetzt wieder bist du jemand weiter. Wuh! Erstes Tor. 1-0. Jo. Und ich habe noch eine Idee. Wir tun, wenn du einmal so etwas hast wie ich, dann tun wir das da ein wenig nach hinten. 2-0. 1-0. 1-2. So. Jetzt sind wir der Fall. Wir sind echt jetzt für uns. Nein! Nein! Berlin war jetzt gerade fast auf die andere Seite vom Rad hier hin. Also gerade war das Tor. Ja, scheiße. Gerade war das Tor. So. Dann machen wir jetzt noch mal durch. So. 1-2-1, Leute. Ich werde auch Dürfen gewinnen, Leute. Ich werde Dürfen gewinnen, Leute. Ich bin ein Pro! Nein! 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 So. 1-1, ne? Nee. Naja. Naja. Immer noch 1-1. Wenn du jetzt den Tor machst. Oh! Nein! 1-1, immer noch! Er kann. Ich komme jetzt nicht. Ja. Okay. Dann machen wir jetzt nur noch ein bisschen. Oder nee. Immer noch das Dreier. Ja! 2-1. 1-1. Ich laufe. So. Los! Mach! Oh! 2-1! Leute! Ich muss jetzt ein Tor schießen. Wie das richtig? Wenn ich jetzt ein Tor schieß, Leute, dann habe ich gewonnen. Komm schon. Wenn ich dann wiederkomme, dann sage ich ihm, dass ich gewonnen habe. ja leute das war's mit der challenge und dann bis zum nächsten mal